Moin ihr Lieben und Herzlich Willkommen hier mit mir und der Natzen im Dschungel von Green Hell. Aloha zusammen. So, wir versuchen heute nochmal an die Karte zu kommen. Wir versuchen noch besser jedem und allem auszuweichen. Also man könnte auch genauso sagen, willkommen bei einer neuen Runde. Schaut uns beim Sterben zu. Ja genau, also mir. So wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Du schläfst schon, sehe ich gerade. Ich schlafe schon, ja. Ja, aber dann lege ich mich dazu, dann geht es was schneller. Ja, und die Natzen, die überlebt ja irgendwie immer. Ja, aber gerade so, ne? Ja, aber du überlebst. Ich werde ja im Schlaf getötet. Ja, aber ich muss mich jetzt auch erstmal hier wieder volltanken mit allem eigentlich. Magst du mir Wasser mitbringen? Ich habe keinen Bidon mehr. Ja, kein Problem. Ich gucke mal, ob ich was Essbares finde. So Nüsse und sowas. Ja, Nüsse hatte ich jetzt noch zwei auf Tasche. Und eine Banane. Ich esse hier mal das Kaimanfleisch. Ja. Wenn das schon gut ist. Ja, das ist jetzt schon gut. Sehr gut. Ich finde das so schön. Hier sind jetzt überall Kinder, aber nur Kinder. Noch nichts anderes. Ja. Wir haben noch niemanden, wir hätten, ich hätte nämlich so gerne da den Gefangenen gerettet. Ich glaube, da war eine Frau oder ein Mann, der gefangen war. Ja, aber... Ich weiß. Das war mein Verderben. Das war meine Schuld, dass der Essbares beim letzten Mal gestorben ist. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind da lang und da war dann so ein Ingo-Dorf. Und ich bin dann ganz übermütig dahin, weil ich da jemanden retten wollte. Und er war sich noch am Beklagen und sagte, nein, ich sterbe gleich oder ich schlafe gleich. Und dann ist er eingeschlafen. Ich bin weggelaufen und die haben den einfach eiskalt umgebracht. Ja, im Schlaf. Im Schlaf. Und ich bin weggelaufen. Deswegen überlebt ihr auch immer. So, ich verlaufe mich gerade wieder. Wir werden allgemein älter als ihr Männer, ne? Ja, ja, ja. Oh, Ingo. Ingo? Ja, ich renne schon weg. Wo bist denn du? Bist du nicht bei uns? Ne, ich habe hier nach Essen gesucht. Achso. Bisschen weiter weg. Da vorne ist so ein Pilzenbaum. Ich habe hier eine ganz besondere Palmenwurzel mitgebracht. Die gibt einem super viel Kohlenhydrate. Ich glaube, 40 Kohlenhydrate oder so, wenn man die kocht. Das klingt gut. Ich schmeiße ich mir gleich erstmal rein. Ich bin wieder bei uns mit Wasser. Ja, ich sterbe gleich schon wieder, wenn das so weitergeht hier. I'm hungry, I'm thirsty. I'm alles. Wasser bringe ich gerade am Start. Ja. Und ich mache diese Infusion. Die kannst du dir auch reindröhnen. Sehr gut. Und eine Pilzsuppe. Ja, ich habe hier auch nochmal ein paar blaue Pilze gerade. Ja, ich habe hier so gelbe Pilze gehabt und blaue Pilze. Aber den einen, den kriege ich einfach nicht. Ja, manchmal muss man da von der anderen Seite. Das ist manchmal so. Schleißhildbox. So. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja heute mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ohne Paranus. Hatte ich auch schon mal. Und dann bin ich wieder gestorben. Und noch eine. Ja, ja, ja. Also wenn es hier irgendwann, gibt es bestimmt noch so eine Errungenschaft, sterbe 50 Mal oder so. Ja. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also ich hatte übrigens auch noch Kokosschalen neben unserem Lager. Ja, ich hatte so 5, 6 Kokosschalen in meinem letzten Avatar. Ne, ich hatte die hier hingelegt, damit sich die mit Wasser füllen. Und das tun sie auch. Ja, wo waren wir noch? 41, 35, ne? Äh. Äh, ich frag gar nicht. Ich seh noch das Lager. 41, 35, jawohl, ja. Ach, Fehler. Ja. Also viel Essbares hab ich hier nicht gefunden. Ja, komm hier. Dröhne dir mal diese Infusion rein. Dann hast du Kohlenhydrate wieder oben. Falls die dir fehlen. Und du musst ja auch trinken. Ach, alles. Wenn du dich verreckst. Da seh ich dich. Ja. Mir fehlt alles. Oh, da ist ein Frosch. Da ist die Infusion. So. Wann haben wir denn jetzt hier? Kohlenhydrate sind wieder gut. Ich hol noch mal Wasser und dann kann ich dir noch eine Fleischsuppe kochen. Ich hab gerade eine Kröte. Ja. Gepflückt. Wieso ist denn hier alles roh? Wieso braucht denn der Stachelrochen so lange? Das hab ich alles gerade erst dann aufgetan. Das war, als wir von unserer Tour gekommen sind. Mhm. Gerade so, also ich von der Tour gekommen bin. Du bist ja auch wieder fertig. Ich bin gekommen worden. Ja. So, ich such mal eben ein paar Steine. Hier müsste es doch in die Schlucht gehen. Oh, hier ist noch eine Palme. Eine Infusionspalme. Super. Hä? Halt. Nochmal will ich aber diesen Pilz nicht mitnehmen. Ach, ihr Exkremente. Ja, ich will maden. Ach, brauchst du immer noch maden? Nö, nö. Ich will vorsorglich welche. Ja. Ja, das ist clever eigentlich. Ja, also ich sag auch, wenn ich jetzt welche unterwegs sehe, direkt mitnehmen. Ja, besser ist das. Mhm. Also ich hör zwar immer Summen. Ja, ich hör das auch schon mal Summen und seh dann überhaupt nichts. Nö. Dann ist da gar nichts. Und das begleitet mich dann auch voll lange. Ich weiß gar nicht wieso, als ob dich so ein Kackhofen verfolgt. Nö, irgendwie so. Könnte man meinen, ja. So, ich hab jetzt hier, äh, koch ich gerade nochmal so eine Infusion und eine Fleischsuppe. Oh. Das klingt gut. Ich suche gerade noch Steine, damit ich mir eine Axt machen kann. So. Da sind Bienen. Vorbereitung ist ja hier echt immer alles, ne? Absolut, ja. So, das Nest haben wir. So, ich hab Nüsse, falls du brauchst. Brauchst du Fette? Äh, ja. Alles, alles, alles. Drei Paranüsse hab ich hier für dich. Ah, Paranüsse hab ich auch noch. Drei Stück. Da brauch ich keine von. Kann man die so essen, ja. Ja, du musst die auf, äh, öffnen. Sammeln, ja. Dann kriegst du da zweimal welche raus. Äh, dreimal welche raus. Ah, cool. Die hau ich mir gleich alle drei rein. So. Was hab ich denn da? Ein Kaiserfisch. So, hier hab ich, wie gesagt, noch, äh, eine Fleischsuppe gekocht. Da ist eine Krötensuppe. Französisches Rezept. Ja, ja. So, Infusion auch noch, oder was? Was du brauchst. Hau dir rein, was du brauchst. Guck auf deine Werte. Ah, Kohlenhydrate werden. Oh, Fette sind voll. Cool sind die Paranüsse gut. Ja, ja, die sind gut, ne. Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Proteine und mehr Wasser. Ein bisschen Protein könnte ich auch noch gut gebrauchen. Hab ich aber jetzt nicht. Nö, dann lass uns einfach mal losziehen. Los, ja. Okay, pass auf den Speicher nochmal. Ja. So. Auf ein neues, würde ich sagen. Nordosten war das, ne? Boah, machen wir das echt? Ja, nützt nix. Wie kommen wir sonst nicht. Nordost, Südost. War das Südost? Ja, ja, wir dachten erst Nordost und dann war es aber doch Südost. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass hier mehr Vertrauen man hat. Hier öfter liegt da so ein Nahrungspaket bei dem alten Wagi. Ich hab gar keins da gesehen. Ich guck mal das nächste Mal. Da musst du in die Schale gucken, die da bei dem liegt. Ja, ja. Nächstes Mal, wenn wir da wieder mal irgendwie mehr gemacht haben, guck ich auch mal. Oh, hier ist Fug hier. Fug hier gut. Da hinten sind auch schon Mangroven. Ich hab immer noch keine Angst. Ja, das ist schlecht. Ja, ich such mal wieder Steine, ne? Wie immer suche ich Steine. Ja, hier waren wir doch vorhin auch schon mal. Da vorne ist, wo wir gesprungen sind. Genau. Ich bin da auch. Ich bin da auch. Ich bin da auch noch einen eleganteren Weg runtergibt, der vielleicht, äh, ja, vielleicht kürzer ist auch. Ach so. So. Bist du noch hinter mir? Nein. Ne, wo bist du denn? Ich bin einfach weitergegangen. Ach. Ja, so kommt das dann. Ich bin bei den Mangroven hier vorne. Wo genau bist du jetzt? Ich bin 39, 35. 38, 36. 38. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja. Oh, das war Risiko. Ich hab gar nicht aufs Wochen geguckt. Ja, aufpassen. Ja, eigentlich wollte ich den gleichen Weg zurücklaufen, weil ich dachte, die Hoffnung hab, dass ich noch ein paar meiner Sachen finde. Ja, dann müssen wir aber dann wieder zu den, zu den Ingos rüber, ne? Also, ich meine, da kommen wir eh nicht dran vorbei. Wir müssen, da hier vorne sind auch wieder Ingos direkt voraus. Siehst du? Da ist das Ingodorf. Also, wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen gegen die kämpfen. Ja, wir schauen mal. Erstmal gucke ich jetzt, wo der Stamm war, wo wir gesprungen sind. Wo bist du? Ich bin hier schon in Ingodorf. Ach so, warum machst du denn sowas? Warum bist du denn nicht einfach hinter mir geblieben? Ich denke, du bist da. Ich brauchte doch Steine. So. Ich komm, ich komm, ich komm. Hast du Pfeile und alles? Ja, drei, vier Stück. Okay. Aber sonst hab ich nix. Ich komm ja hier zu nix. Ich hab keinen Speer, gar nix. Deswegen wollte ich nicht kämpfen. Okay, pass auf. Dann machst du auf Fernwaffe. Ich geb dir auch meine Pfeile. Hier, warte. Na gut. Und ich hab'n Speer, weißt du? Wo sind die denn? Ja, weiß ich nicht. Zwei Stück hab' ich. Ja. Warte, ich guck mal eben. Ist das die Welt, hat das halt nichts? Ich hab' jetzt acht... Pass auf. Der hat uns, glaub ich... Acht Pfeile. Der kracht da irgendwie rum. Okay, pass auf. Dann musst du jetzt als erstes auf den halten und einen sauberen Schuss hinlegen. Da vorne ist der, was? Da hockt einer. Siehst du den? Ja, da hocken drei. Ich weiß. Und jetzt guck, dass du einen zumindest erwischst. Und dann musst du erst mal auf die halten und wenn die dann hier rüberlaufen, dann greffe ich die mit dem Speer an. Den Bogen halten ist gar nicht so leicht, ey. Nee. Du musst so schnell es geht eigentlich machen. Wie länger du hältst, desto wackeliger wirst du. Ja, ich brauch' erst mal Energie. Ja, das geht dir auch voll auf die Ausdauer, ja. Getroffen hab' ich, aber... Okay. Weiterschießen. Ja, ja. Achtung! Er greift mich an. Ich hab' ihn. Der ist tot. Oh, der hat mich getroffen. So, den hab' ich auch erwischt. Aber nicht tödlich. Aber ich. Ja. Mein Speer. Und da hinten ist noch einer irgendwo. Da. Ja. So, jetzt hab' ich auch wieder einen Speer. Der ist schon tot. Ah, gut. So, ich muss mal eben eine Wunde, weil ich werd' auf jeden Fall vielleicht wieder eine Infektion kriegen. Ja. Ich hab' sogar diesmal an Verbände gedacht. Ich hab' auch welche. So. Und jetzt müssen wir da hin. Ach, jetzt steh' ich hier in diesem blöden Busch. Und seh' nix. Ja, warte, warte. Erstmal behandle ich mich jetzt hier. Ach, hier ist gar kein Gefangener. Schade. So. Eine reicht. Gut. Schade. Ich hab' gedacht, hier wären Gefangene. So. Habt ihr noch irgendwas? Oh, hier ist noch einer. Da ist noch ein Ingo. Ingo, direkt voraus. Wo ist schon wieder? Hier. Hier, in dem Ingo-Dorf. Komm schnell. Komm her. Du hast die Pfeile. Pass auf, der hat doch auch... Der hat ein Messer. Der eben, der hat eine Nahkampfwaffe. Ich hab' einen Speer gehabt. Ja, der hat meinen jetzt in sich. Ja, meinen auch. Ja. Sack. Der hängt aber auch grotesk wieder da, ne? Guck dir das an. Oh. Du hast ja voll durch den Bauch gepikst. Ich glaub, das ist deiner, oder? Ja, ich hab' aber einen. Ja, ich hab' auch meinen. Keine Ahnung, was da jetzt in dem steckt noch. Aber jetzt haben wir die erledigt. Und du? Ja. So, warte. Brauch' ich ja hier das, äh, mein Zeugs irgendwie. Ja, äh, wo, wo waren das? Ja, da, wo ich geschlafen hab'. Deswegen wollte ich ja eigentlich den gleichen Weg zurückgehen. Ja. Es war irgendwo auf so'n Mangrove-Feld. Es war hier an dieser Ecke, mein' ich. Ja, war das nicht... Oh, das ist eine Schlingfalle, hab' ich entdeckt. Oh ja, cool. War das nicht mitten auf so'ner Mangrove, mein' ich? Ich glaub, das war ein Stück weiter unten. Ich glaub', ich glaub', das war nicht das Dorf. Nee. Ich glaub', das ist eine Etage weiter unten gewesen. Ich mein' auch, dass ich auf so'ner Mangrove war. Ja, deswegen. Warte, ich komm' mal zu dir. Ja. Ja, wir müssen da hinten durch diesen, durch diesen Fels-Durchgang, da weiter geradeaus war das. Ah ja, stimmt, genau. Oh, 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 oh. Da waren wir durch, hä? Hä? Ja, hier sind wir runter. Doch, doch. Hier, und dann hab' ich gesagt, guck mal, da sind die Mangrove und da sind die Mangrove. Und warum hast du mal den Irrhof gemacht? Ah, weil ich fast den Abhang runtergesprungen wär'. Okay. So, und hier, um die Ecke, da hoch, da sind die Ingos. Da müsste auch dein Kram dann liegen. Ja. Hier liegt ein Tukan, das ist gut. Ja, für Pfeile. Ganz genau. Aber ich hab' jetzt keine kleinen Stöcke. Muss mal gucken. Ach, davon hab' ich reichlich. Ja. Warte, Ameisenhaufen direkt vor dir. Ja, den hab' ich gesehen. Tatsächlich. So, noch einen Stock und noch einen Stock. Na. Weil er wieder gierig ist, ne? Was? Ich wollte die Nuss. Was krieg' ich? Ameisen. Aber wir sind gerade ganz gut. Ja, noch. So, äh, wo bist du? Äh, ich war grad noch hinter dir. Ich seh' dich. Komm. Wo bist du jetzt? Ja, hier hinter dir. Dreh dich um. Hä? Ach, da. Ja. Ja. Wir müssen hier runter, mein' ich. War das, ne? Hm. Ich komm' ich gar nicht mehr. Was da. Shit. Wir müssen hier am Rand entlang. So war das, so. Hier war das. Stimmt, hier irgendwo muss es... Da hinten sind die Ingos irgendwo, glaub' ich. Äh. Mal eben gucken. Kann das hier gewesen sein? Hier haben wir die alte verbrannt. Ja, hier haben wir die alte verbrannt. Ja, dann war das nicht mehr so weit weg von der. Ganz genau. Hier ist ne Kokosnuss. Oh, die kann ich gebrauchen. Okay, ich hab' jetzt aber getrunken. Äh, ja, das macht nix. Ich wollte wegen dem Biddern. Ach so. Ja, dann hier vor mir. Cool. Seil hasse? Ja. So, oh Gott. Hab' ich viel Essen. So, wo war denn... Oh, hier ist ein Ameisenhaufen. Vorsicht. So, jetzt hab' ich wenigstens mal ein Bidon. War das hier? Wo war denn das? Hier runter? Ach ja, ich weiß es wieder. Und dann hier hoch. Ich bin hier hochgegangen. Ja, ne. Häng' noch nicht immer ohne mich weg. Ich denk' immer, du bist hinter mir. Ich war am Essen. Okay, ich bin hier. Du siehst mich. Pass auf, Ameisenhaufen bist du da? Pass auf, da ist ein Ameisenhaufen. Komm, geh hin zu mir. Ah, da. Genau. So, jetzt hier hoch. Ah, warte, ich nehm' die Maden mit. Ja, gut, Maden sind wirklich gut. Ja. So. So, und jetzt hier hoch? Sicher? Ja, irgendwo war das Ingo-Ingo-Dorf. Sind wir echt noch wichtig? Ja, ja. Das war, hier sind auch noch Maden. Oh, cool. Nimm mit. Hier oben war das, glaube ich. Könnte wichtig sein. Hier. Ja, jetzt wär' ich Ingos. Ja, ich seh' sie auch. So, wo bin ich gestorben? Ist egal. Jetzt erst mal die Dinger platt machen hier, die Arschlöcher. Ach, scheiße, ich treff' keinen. Oh, nein, aber der hat mich getroffen. Ich hab' ihn getroffen. Hey, hey, hey. Ja. Wo ist denn mein Speer? Da. Hey, bleib stehen, Ingo. Oh. Scheiße, ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Wo ist denn jetzt wieder mein Speer? Irgendwo muss noch ein Ingo sein. Ja. Ich hör' den. Ja, der rennt hier. Ich hab' keine Pfeile mehr und ich hab' gar keine Waffe. Ich hab' einen Speer. Warte mal. Aber ich hab' auch eine fiese Wunde. Der hat nur eine Stockklinge, aber besser als nix. So, jetzt hab' ich auch wieder Pfeile. Der läuft aber weg. Nee. Da ist ein Gefangener. Kannst du dich um den Ingo kümmern? Ja, ich versuch's. Ich hab' nur zwei Pfeile. Hier, ich hab' noch. Hier ist ein Stammes Speer und ein Pfeil. Hier steckt einer. Hier stecken Waffen drin. Ja, ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Sehr gut. Gut, ich kümmer mich jetzt erstmal um die Wunde. Ja. Wieso ist der jetzt so leicht gestorben? Und hier kann ich jetzt den Befangenen befreien. Guckt er heute da schon rum? Ey, du musst jetzt genau auf meinen Pfeil fallen. Bist du doof, oder wat? Boah, der hat mich aber gut erwischt. Ich hab' echt viele Wunden. Oh, 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 oh. Ich hab' auch irgendwas. Aber eigentlich hat mich gar keiner getroffen. Woher hab' ich denn die Wunde? Vielleicht hat er dich mit dem Pfeil getroffen und du hast es nicht mitbekommen. Das kann sein, ja. Das ist eine Frau. So, ich hab' die befreit. Und hier ist noch mehr. Was ist denn hier alles Schönes? 30 Vertrauen. Jacko. Ja, wir sind beide Jacko. Ah, ein Stammesbogen. Sehr geil. Eine Legende habe ich gefunden. Ja, auch nicht schlecht. So, wo sagtest du, es ist noch ein Stammes Speer? Äh, in dem Typen steckt es sowas. In dem Typen steckt es sowas? Ja, hier. Äh, bin ich blind? Hier, daneben liegt er. Warte. Hier, siehst du? Warte. Da. Da. Okay. Danke. So, wir müssen hier noch das Dorf platt machen. Ja. Jetzt hatte ich noch keine... Ich hab' keine Axt. Mal wieder nicht... Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwo... Ich... Hatte ich nicht vorhin eine gebaut? Hier kommt's auch vor, als wenn hier irgendwie Sachen verschwinden. Ja, ehrlich. So, ich hab' zwei Steine. Ne, ich hatte nur Steine. Oh, ein Stammesfeueranzünder. Cool. Der ist viel besser als der Handbohrer. Jetzt ist meine Axt auch weg. Jetzt hab' ich eine. Schön. Hast du noch Steine? Äh, ja. Ich bräuchte bitte zwei. Tatsächlich. Ja, komm hier. Uno, dos. Sehr gut, danke. So, diesmal sind wir nicht gestorben. Sehr gut. Aber wir haben auch immer nicht die Map. Ne. Ja, da sind wir noch gar nicht... Hast du deine Sache eigentlich wieder gefunden? Nö. Ja, egal jetzt. Ich hab' ja jetzt wieder genug. Oh, Vorsicht. Also wir müssen hier echt alles platt machen, was da ist, ne? Ja. Aha. Oh, man sieht ja kaum was. Ja, es wird's echt dunkel, ne? Ja. Oh, ich hab' keine Infektion diesmal gekriegt. Ja, ist doch geil. Hier schwebt ein Pfeil. Ich hab' Durst, das hab' ich wohl. Oh, das ist gut, dass du mal... Das sagst du, ich brauch' Proteine. Ja, wenn man danach geht, brauch' ich alles. Oh, da haben wir unser... 40 Vertrauen, sehr geil. Ja. Dann sind wir jetzt nah der 300 anscheinend, ne? So, ja, scheint so. Ähm, 36, 42, wir müssen, äh, wir müssen noch was nach Süden, dann sind wir, ähm, am Dampfer. Da würde ich sagen, gehen wir auch mal hin, bevor... Ja. Noch mehr passiert. Nimm mal. Bist du da? Ich bin nicht hinter dir. Ja, und sofort, warte, lass mir eben was essen. Alles gut. So, Arafleisch gesammelt, ich hab' jetzt auch ordentlich Maden. Äh, hier noch ein paar Pilze. Oh, hier sind noch... Ja, noch ein bisschen Energy. Wo bist du? Ich bin hier. So. Wir müssen südlich gehen. Wir sind jetzt 36, 40, wir müssen nach 41, ne? Ja. 36 oder 42 war das. 42, aber da müsste das Boot ja auch gleich schon zu sehen sein. Wir sind, ja, nach Süden müssen wir, das ist irgendwo an einem Ufer. Oh, oh, hier ist ein Kaiman. Oh. Hier hat irgendwas gerade ganz laut gezischt, wie so ein Kaiman. Es ist so dunkel. So. Geh mal lieber außen rum. Ja, keine, keine... Oh, oh. Hörst du's? Ja. Siehst du's? Nein, wo bist du? Ich bin ja hinter dir. Wieso bist du hinter mir? Du warst doch gerade noch vor mir. Tja. Houdini hier, oder was? Houdini. Houdini. So, wir müssen aber in die Richtung, scheiße. Jetzt ist der drübenen Weg und der Kaiman. Ja, ganz toll. Na, das im Dunkeln. Im Dunkeln sterbe ich immer. Das sind die Probleme, die wir hier haben im Spiel. Ja, im Dunkeln stirbt sich's gut. Aber ich will, verdammt noch mal... Das Fee hat mich erwischt. Der war direkt vor mir. Nein. Der war direkt vor mir. Ich hab den nicht gesehen. Der verfolgt dich auch. Ja. So, ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich hab ne gottverdammte Bisswunde. Nein, ist er noch nicht. Ich glaube, ich hab ihn gekillt. Das ist super. Ich krieg auch echt alle Wunden, die man kriegt. Ja, jetzt muss er erstmal meinen Speer wiederfinden. Den ich in den gejagt hab. Ach so, das muss ich mit dem normalen Verband machen. Das kann ich nicht mit dem Fugchenverband machen. Hier ist ein Pfeil, den ich schön in den Baum gejagt hab. Wo ist der jetzt mein Speer? In dem Vieh? Ja, da hab ich gedacht, aber... Ich seh ja auch nix. Ich seh ja auch nix. Ich seh grad mal dich. Da ist noch ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Ja, den seh ich auch. Ich nehm den mal auseinander. Ach so, machst du schon. Ja. So, und jetzt? Speer? Mein Speer ist gut. Oh, ich schmeiß nie wieder ein Speer weg hier. Hast du noch ein Speer? Nee. Ja, warte, dann nimm einen von meinen. Ich hab zwei. Ah, cool. Danke. Jetzt bin ich wieder furchtbar dreckig. Vielleicht finde ich. Ich hab Fieber. Oh nein. Ich hab wieder eine Impfung. Ich hab Maden. Ja, ich hab auch Maden. Warte. Gut. Wir sind ja fast so was wie vorbereitet. Ja, ne? Ja, verrückt. Das glaubt uns keiner, wenn wir das nicht aufgenommen hätten. Habe ich aufgenommen? Ja. So. Ich fress euch mal schön da durch. Ich hab jetzt natürlich Fieber. Halt, ich hab auch wieder irgendwas hier. Ich muss Dreckswasser trinken. Äh, wann hab ich jetzt? Ach, Egel. Egel sind ja noch gut. Ich hab jetzt so viel Fleisch auf Tasche, ne? Und ich hoffe, dass wir das noch irgendwie getrocknet oder gebraten kriegen, bevor es vergammelt. Das wäre echt so gut bis jetzt. Aber ich hab doch noch irgendwas. Was hab ich denn noch? Ich seh wieder nix im Punkt. Wir gehen jetzt erstmal weiter nach Süden. Ja, warte, ich muss mich noch eben noch... Ach so. Die hab ich doch gerade weg. Ja, ich bin noch am Egel entsorgen. Okay. So, jetzt aber. Ja, ich muss auch wohl Egelwasser trinken. Ja. So, wir müssten doch jetzt gleich da sein. Das Eiferbübsch, ey. Eiferbübsch? Eiferbübsch. Oh nein, ich bin kein Ossi. Aber ich mag das. Eiferbübsch. Eiferbübsch ist gut. So. Irgendwo muss man doch hier einen Durchgang finden. Ja, das hatten wir letztes Mal schon so schwierig. Ich hab den Dampfer. Yay. Endlich mal ein Hoffnungsstimmer hier. Aber ich bin schon wieder, weil ich so viel Fieber habe, bin ich schon wieder am Klagen. Ach, das ist ja wie in der ersten Runde. I need to rest. Ja, dann lass uns doch mal eben ein Bett hier bauen und pennen. Ja. Wir haben hier keine Palmblätter, oder? Bestimmt gibt's hier irgendwo was. Was? Hör doch mal auf zu fluchen da. Was? Ja, ich hab hier schon wieder alles. Ja. Jetzt kommt hier komische Musik. Haben wir jetzt wieder gemacht. Da hinten, hier sind doch überall Palmblätter. Ja, ich hab da hier auch welche. Ich hör keine Musik. So, Bett. Sachen machen wir. Wollen wir hier auch ein Feuer aufbauen? Es regnet gerade nicht. So, verbannt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So. So, Bett ist fertig. Ich schlärfe mal. Ich muss direkt mal ganz so recht. Oh, ich bin ohnmächtig. Ich wollte mich gerade hinlegen. Bett war fertig. Kannst du mich bitte wecken? Ja, warte, ich muss mal eben die Blätter hier wieder loswerden. Bevor ich so ein Vieh wieder unter der Haut habe. Ja, ich bin ja schon dabei. Jetzt nicht das Blatt im Weg. Ich hab bestimmt wieder Viecher unter der Haut. Du bist auch direkt in den Blätterhaufen gefallen. Ich wollte doch schlafen. Ich muss erst die Blätter hier wegräumen. Über mich weg. Das ist geil. So. Jetzt aber. Bitte gehen. Ah, ich hab noch Pilze gegen Parasiten. Das ist gut. Habe ich hier irgendwo jetzt ein Vieh? Nein. Glut. Gut. Wollte ich sagen. Glück gehabt und gut. Kein Vieh. Das ist schon mal was. Ich hab erstmal eine Runde. Ich hab noch ein bisschen Fieber. Ja. Und jetzt nicht mehr. Ja. Das ist doch gut. Jo. So. Ähm. Ähm, ähm. Was wollte ich jetzt gemacht haben? So, was ich auf jeden Fall jetzt noch mache, ist schnell ein Lagerfeuer. Du kannst auch gerne jetzt so runterladen, weil wir ein bisschen Fleisch essen und ich hab ganz viel Fleisch auf Tasche. Ja. Ja, macht nix. Bin ich dabei. Ganz, ganz viel. Da bin ich dabei. Was? Das gibt's doch nicht. Wasser bauen ist natürlich schlecht. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde unterwegs. Das ist doch nicht normal. Ja, wir machen jetzt noch das Lagerfeuer eben, essen was und dann beenden wir die Runde. Und beim nächsten Mal werden wir dann den Dampfer, äh, äh, durchforsten, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. Das klingt nach dem Plan. So, Stöcker brauch ich. Ah, du haust schon hier. Was war das denn jetzt? Ich glaube, da kommt ja jemanden getötet mit. Ich hab jetzt hier die ganzen Stöcke da oben gelandet. Das ist ja schweiß. Läuft wie immer bei uns. So, jetzt haben wir nix zum Abkochen der Dings, ne? Das Wasser, ja. Das trinke ich jetzt auch, äh, äh. Ja. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier gleich mal Fleisch. Ja. Also, ich mach eben Feuer. Ach so, ein Anzünder, ja. Ich nehm mich immer wieder nicht. Ich muss mir jetzt mal eben wieder einen bauen. Ja, ich hab eigentlich sowas zwei. Ich kann dir eben meinen Handbohrer geben, wenn du willst. Nö, ich hab schon. Hab mir jetzt einen gebaut. Gut. Äh, Fleisch brutzeln, wichtig. Jo. Also, ich hab kein Fleisch. Aber einen vergammelten Pilz hätte ich da. Ich hab ganz viel Fleisch. So, Maden hat er. Da noch ein paar Kohlenhydrate. Was? Wie so disgusting. Was? Ach so. Ach, du hast Wasser getrunken. Okay. Oh Gott, ich werd hier von Stöcken erschlagen. Holzt aber auch rum wegen dem Wasser. Mann, Mann, Mann. Ja, weiß auch nicht, was der immer hat. So, ich. Ein bedorbener Pilz? Ja, den hab ich da hingeschmissen. Ich räum den mal weg. Ich hab schon. Ah, okay. Jetzt hab ich hier, äh, Parasiten, natürlich. Ich hab noch so'n... Ich hab noch'n... Zwei orange Pilze hier. Ja, gerne. Da, jawoll. Danke. Bitte gern. So, Fleisch ist jetzt auch so gut wie fertig. Ja. So, dann, wohlbekomm's. Danke. 36 Proteine. Das tut's doch. Mach uns noch mal welches. Ja. 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 Wir tun kein Fleisch oder was da ist. Ara und Tukan. So, und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ja. Und am nächsten Mal, wie gesagt, werden wir den Dampfer dann durchforsten. Und irgendwo muss es auch noch hier ein Boot geben. Das suchen wir dann auch noch. Ja. Begeisterung, wir haben's geschafft zum Dampfer. Das ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Ja, ne? Ja. Oh, Fett ist voll. Sehr gut. Nur ein bisschen Protein. Und dann bin ich schon fast wieder voll. Wasser fehlt. Ja, das geht mir auch so. Also ich bin auch jetzt nur noch Proteine fehlen. Sehr geil. Dann können wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal dann machen. Ja. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch heute bei uns gefallen hat. Und wenn's so ist, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und schaut auch gerne bei unseren Kanälen mal vorbei, ob da noch andere Videos sind, die euch gefallen. Abonniert sie auch gerne. Ja, lasst uns auch gerne Kommentare da. Freuen wir uns drüber. Genau. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Abend. Bedankt mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.